so welches tor von wegen tor sprechen wir da ein sprung wie gedrückt hatten und kanten zu ignorieren was heute auch auf was sie zum erzählen wo wir hingehen gerade nicht ganz im klaren da geht es nicht drauf ja schön schön durchgesprungen sei ihm wo geht's lang da können wir hoch ja da oben das tor davon ist wohl die rede war bereit ja Ich hatte auf den Schatz gehofft. Aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meine Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Das war cool, ja, richtig. Aber, ähm. Okay, da können wir runterrutschen. Ist die Frage... Müssen wir irgendwo... Ne, müssen wir nicht. Da kommen wir nicht hoch. Da geht's, glaube ich, auch nicht weiter. Da drüben rüber. Bisschen weit weg, wa? Ja, ja. Um aufzurutschen. Okay, hier hoch. Ah. Direkt unter dem Hochkreuz. Da will Avery und See. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Mh, okay. Da kommen wir, glaube ich, einfach runter, ne? Da sollte nichts passieren. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber... Der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Was ist das hier? Da kommen wir nicht weiter, oder? Na gut, wir kommen hier hoch. Ah. Hup. Hup. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Wort Mosklin verantworten. Wie wär's mit Knappe halten, wenn wir nicht dabei waren, ne? Für die große ist heutzutage alles gleich ein Wasserkampf. Wir brauchen diese Abfresse nicht. Den wir hier unten irgendwas? Wir brauchen diese Abfresse nicht. Wir brauchen die Abfresse nicht. Was? Weißt du was? Was fängst du damit ab? Was fängst du damit ab? Ich sagst du, der Effekt... Was haben wir denn hier? Steinschlossbüchse? Kann ich die gebrauchen? Sehr piratisch. Okay. Dafür habe ich jetzt meine andere Waffe abgelegt. Aber wir haben wieder einen Schatz. Sehr schön. Und das werden da oben gemacht. Wie kommt es denn überhaupt da hin? Ja, hier rum wahrscheinlich. Okay, die müsste man theoretisch so ausschalten können. So, wo ist der andere Typ? Da ist noch einer. Guck mal hier runter. Das macht sogar Sam. Okay. 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 diesen kann kann man wohl nicht entkommen näher an der kathedrale werden es noch mehr so hoch ja alles klar ich bin zu weit oben und jetzt ja warte kurz ich warte mal sehen was das bei dem holz ding da ist okay Okay. Aua. Ah, wie romantisch. Ja, hm. Achso, können wir da... Können wir hier weiter hoch? Nein, hallo. Das hätte schief gehen können. Achso, da unten geht es weiter, ne? Okay, wieder ein Schatz her. Heute sind wir immer ein bisschen erfolgreicher hier. Schatz suchen. Dafür geht es hier aber auch nicht weiter. Sehr schade ist. Okay. Oh, ah ne, der ist tot. So, ja, von da sind wir gekommen. Aua. Dumm. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Aber kann man sich den hier weiter runter lassen? Wäre das vielleicht so ein Punkt? Wie viel weiter als hier? Da drüben waren wir ja schon. Aua. Kann man hier irgendwo? Nee, ich glaube, das ist relativ sinnlos. Ich bin so dumm. Hallo. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. So, darunter ist ja auch nicht empfehlenswert. Da komme ich mit Sicherheit auch nicht rüber. Und das da hinten ist einfach zu weit weg. Selbst wenn wir da rüber springen würden, wäre das möglich im Flug da... Oh, ich weiß es nicht. Das ist zu weit, oder? Ja, was? Einfach mal hier. Ja, ist zu weit. Ich hatte gedacht, ich könnte vielleicht das Seil in der Luft darüber schwingen. Meinst du, das haben die Mönche gebaut? Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Ah, um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Ja, okay. Sehen wir da irgendwas? Wäre denn nicht von hier aus? Zumindest mal interessant. Wenn ich das weiterbringt. Im Leben. Weiß ich noch nicht. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ah, da ist unter uns. Nach oben geht's ja nicht. Können wir da irgendwie... Ach so, wir müssen da gleich... Oh Gott. Okay, ich verstehe. Müssen da hinten runterrutschen, ne? Aber... Wir dürfen nicht zu weit rutschen. Wir müssen uns festhalten hier. Okay. Ich dachte eigentlich, ich hänge mich hier mit dem Dings dran. Mit dem Seil, aber es geht dann wohl so. Ja, okay, dann probieren wir mal. Okay, vielleicht keine so gute Idee. Ach. Okay, da geht's weiter. Ja, das ist nett von dir. Ich weiß aber noch nicht genau, wie wir hier weiterkommen. Weiter runter? Nein, oder? Ja, vielleicht doch. Gibt's irgendwo da rüber? Weiß es noch nicht. Wo denn hier? Komme ich nicht dran? Noch nicht. Jetzt ja. Das wäre... Das wäre... Schön. Die Frage ist... Müssen wir hier hoch? Oder müssen wir eher runter? Was wäre denn, wenn ich da reinschwinge? Nein, ich war das kein Fehler. Nein, nicht abspringen. Ah, dumm. Okay, warte. Probieren wir nochmal. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Nein, der rutscht immer... Warum? Der rutscht immer zickzack. Also, ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist. Also, was ich tue, ist schon ein Fehler, aber das, was ich vorab nicht... Jetzt wird's zum Fehler... Jetzt wird's zum Fehler... Oh, oh, wir haben's. Wir haben's noch. Oh, oh, oh. Oh, okay. Äh... Ja, ich bin hier. Hier unten. Das dritte Teil ist gebrochen. Ja. Ähm... Auf der anderen Seite ist ne Leiter. Klettere da und hoch. Okay, ich versuch's. Eine Leiter. Kann ich da rüber? Muss wahrscheinlich da rüber, oder? Ja. So, da ist die Leiter. Oh oh. Komm, drauf mit dir. Natürlich. Ja, ja, ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein... Oh shit, Sam! Oh oh. Voll in der Familie, was? Vielleicht. Ähm, okay, ich... Äh, genau das doch... Okay, kommen wir uns da... Nein, nein, nein! So, nochmal. So, da wollte ich eben auch schon dran springen. Klappt aber nicht so, wie ich mir das... gedacht. Ja, genau. Und das ist ja für die Klettern nicht wichtig. Okay, komm. Ja. Wie alt bist du, fünf? Ach komm, du willst doch auch ein Eisen-Kakao. Naja, schon? Ganz genau. Gibt es hier irgendwo was? Na los. Ach, hier gibt's... Äh... Moment, was war denn mit dem Kreuz, was hier... Wollen wir uns das nicht einmal anschauen? Hm. Scheint nix... Besonderes zu tun. Okay. Wir müssen also zu dem da vorne, ne? Ja, gut. Ähm... Jo. Darüber, wa? Oh, oh. Mensch. Scheiße. Können wir hier runter? Mal durch, ich will auch runter. Okay. Der sieht mich. Geh mich da vorne rüber? Ja, ne? Was ein Pech. Da ist dem wohl ein Unfall passiert. Ach, die Waffe wolle ich jetzt nicht. Oh, Schöpfe. Schöpfe. Ich zieh mal runter. Du hängst hier nicht gut, Junge. Du hast wohl keine guten Augen gehabt. Gumm, lass mich mal so eine Waffe ausprobieren. Ja, okay, die zieht. Aber die ist auf Entfernung doch noch besser. Wo? Wir sind sicher. Hoffentlich war es das mit den Idioten. Ja. Naja. Idioten sterben nie aus, ne? So. Wo holen wir den hin? Ich frage, gehen wir doch mal hier rum. Okay, da haben wir noch ne... Oh. Schon ein bisschen eingeschneit hier, wa? Ist ein bisschen kalt ist es ihm. Ah. Wo ist denn das Kreuz, wo wir hinwollen? Ich seh's gar nicht mehr. Sam, was hast du dazu? Wieder nix, ne? Also entweder schwingen wir uns da mit. Oh, da unten ist ein Schiff. Hm. Das weiß ich aber nicht. Entschuldigung. Obst, versehen. Noch eine zusätzliche Taste gedrückt. So, wenn wir von hier da rüber schwingen. Wo als Beispiel. Oh, Entschuldigung. Ich hab's drauf heute. Wir brauchen ja nicht von hier aus. Wir können's auch von hier aus machen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wohin? Da unten könnte man rutschen. Ich weiß aber nicht, ob wir da... Oh, Entschuldigung. Was ist das hier für eine Stelle? Können wir weiter runter? Wie sah's aus? Wenn ich mich jetzt hier einfach fallen lasse... Dann ist das zu tief. Okay, ich soll da nicht runter. Jedenfalls nicht so. Ich bin grad ein bisschen überfragt. Wie man vielleicht gar nicht merkt. Okay, hier können wir noch ein Stück runter. Was sollen wir zu dem Schiff? Das ist jetzt die Frage. Ja, hier kommen wir auch nicht an diesen rutschigen Bereich. Das hier ist auch zu tief, oder? Oder... Ah, ich glaub schon. Ist doch auch nicht, bis wo wir da rutschen sollten. Oder soll ich das einfach mal probieren? Okay. Ja, das ist jetzt natürlich... Stirbt aber nach zwei Metern... Vor der Felskante rutscht. Okay, hier waren wir eben auch schon mal ohne Schwingen. Dahinter wäre auch noch was. Also... Das ist anstrengend. Kann ich da... Nee, du sollst gar nicht klettern, Junge. Ja... So... So... Yeah... Jetzt bin ich hier wieder. Und habe ein bisschen Munition, wenn das nix ist. Ja... 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 Ja...